Moinsen, willkommen hier zu diesem kleinen Video, zu diesem kleinen Vlog. Heute habe ich euch was ganz besonderes vor, denn heute fahre ich nach Hannover bzw. Hildesheim zu Floh. Und ja, das filme ich natürlich ein bisschen, weil es passt natürlich wieder richtig gut, mal ein bisschen was zu vloggen, euch mal wieder ein bisschen mitzunehmen. An dieser Stelle auf jeden Fall schon mal frohe Ostern, genießt die schönen Ostertage, fresst euch voll mit ganz vielen Osterschokoladeneiern, was es auch immer für euch gegeben hat oder noch gibt. Und gönnt euch die Schokolade und ja, ich würde sagen, mein Zug kommt in ungefähr 10 bis 15 Minuten. Ich hatte schon eine E-Mail bekommen, dass er irgendwie angeblich 10 Minuten später kommt. Ich hoffe jetzt nicht, weil es steht noch nichts an der Anzeigetafeln, von daher gehe ich davon aus, dass er plötzlich kommt. Und deswegen auf jeden Fall, es wird gleich los. So, ich bin jetzt in Hannover angekommen und steige jetzt gleich um in die S-Bahn nach Hildesheim. Und dann habe ich mein Ziel fast erreicht, ungefähr gegen 10 vor 3. Und ja, ich hatte schon Sorge gehabt, dass es nicht genau klappt, weil ich irgendwie 10, 15 Minuten später abgefahren bin vom Hauptbahnhof. Und deswegen dachte ich so, das wird knapp bei dem Umsteigen. Aber nein, ich hatte eh 21 Minuten. Jetzt habe ich noch 9 Minuten und dann geht es weiter. So, ich bin jetzt in Hildesheim angekommen und jetzt müssen wir nur noch den Floh suchen. Mal gucken, ob wir den gleich finden. So, ich bin jetzt in Hildesheim. Aua! So, wir sind noch gerade im TS. Danke, meine Flo. Hallo? Hallo? Wir haben jetzt gerade Rocket League gespielt und ich habe das Ganze mal eben am MacBook ausprobiert. Es funktioniert tatsächlich sogar. Das Problem ist nur, mein Level wird irgendwie nicht übernommen. Ich bin jetzt wieder Level 9. Es sind war schon 28. Keine Ahnung wieso. Und ja, wollt ihr erst mal Hallo, Hallo sagen? Komm, sag mal alle Hallo. 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 Wir sind ja alle im Teamspeak. Man hört das Ganze hier von der Box hier unten. Kranki ist nicht so schön. Kranki hat gerade gesagt, er möchte auch gerne mit YouTube anfangen. Mach das bitte. Er hat sich gerade gemutet. Alles klar, alle haben sich gemutet. Außer Sandro. Ich glaube, er möchte, glaube ich, nicht zu hören sein. Und ja, Moritz hat ja gesagt, Flo muss auf jeden Fall mit ins Video. Damit haben wir es auf jeden Fall getan. Weil seine Kameras hat er ja zurückgeschickt. Leider. Und ja, ich glaube, das war es soweit hier von dem heutigen Tag. Alles habe ich irgendwie gefilmt, wo wir heute waren. Ob es bei Saturn war. Ne, da habe ich nicht gefilmt. Da wollte ich nicht rausgeschmissen werden. Deswegen habe ich da nicht gefilmt. Aber sonst eigentlich überall so ein bisschen. Vom Osterfeuer eben noch. Und ja, das war es soweit mit dem Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald. Sandro kann jetzt noch Tschüss sagen. Ja, und lasst ein Like da, ein Abo. Und tschau. Tschüss. Alle Links in der Videobeschreibung. Tschau.